Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Wir gehen zurück nach Shady Bell und dann gucken wir mal was die gute Sadie Adler für einen Auftrag für uns hat. Gibt da auf jeden Fall wieder eine Mission. Mal gucken was da abgeht. Was aber denn hier schönes. Wir haben hier wieder einen Überfall. Diesmal wieder mit fucking Micah. Machen wir erstmal das hier. Und Arthur. Ich will hope. Ich will morgen mehr als heute. Ich will dieses ganze verdammt Shitshow zu haben, was ich nicht entstanden habe. Aber ich bin nicht in meine Worte. Ja, ich würde nicht. Also, insofern von das, wie geht es dir und ich gehen und wiederverteilen ein paar Produkte? Redistribute? Ja, von der Bowles-Overland-Stagecoach-Company in unsere Pockets. Und du kämpfst diese Zeit? Ich immer kämpfst! Nein, du kämpfst immer. Aber mit Coaches? Die Schäuern sind mehr signifikant als die Schäuern. Oh, ich bin gut mit beiden, Freund. Ja, komm dann. Du denkst, dass wir eine weitere Schäuern brauchen? Wahrscheinlich eine gute Idee. Bill, komm! Komm, komm! Was machen wir? Die Schäuern sind. Oh, gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut, Bill. Das ist ein Schäuern. Es gibt ein guter Ort, wo wir ihn schäuern können, als es kommt über die Räume in die Schäuern, nach dem hier. Du hast einen realen Plan, diese Zeit? Ich habe drei Stücke Dynamite. Ich habe zwei Schäuern. Ich habe dich und Bill. Das gilt für ein Plan? Nicht wirklich. Wir gehen. Ich bin schäuern. Ich bin schäuern. Genau. Ich bin schäuern. 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 Es wird schneller. Wir müssen etwas schäuern. Und wie Dutch sagt, die Schäuern sind ziemlich gut. Wir könnten jetzt nicht mehr weg. Wir können jetzt nicht mehr weg. Wir können nicht das machen. Ich meine, warum wir eine Gaggle von Mädchen, die nicht sogar schäuern, wenn du eine Karte auf sie legen kannst. Ich bin sicher, dass du versucht hast. Es ist zu viel zu fragen, wenn sie eine Karte von jedem Dollar bekommen. Jeder macht ihre Gaggle. Ich sehe nicht, dass du einen Finger auf dem Kamp. Swanson macht seine Gaggle. Molly. Komm schon. Nein. Das ist anders. Tee. Das ist das, was ich meine. Ich habe immer gefühlt, Abigail. Das ist meine Art von Mädchen. Sully. Aber stark. Na ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass das mutuell ist. Du verstehst einfach nicht die Frauen, Morgan. Okay. Hier sind wir. Bodenlos. Ich werde die Explosiven planen. Die Karte wird durch jeden Moment kommen. Ich werde sie in der Straße, hier, so wir können es über die Brücke schäuern. so wir können es über die Brücke schäuern. Ich habe ein guter Schäuern hier. 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 Schau mal weg, wir wollen ihn nicht schrauben. Hier kommen sie! Willst du den Chargers schießen, Morgan? Es ist Zeit, dass du etwas gemacht hast! Los geht's! Was in der Hölle hast du gemacht? Oh, easy game! Wie viel wir bekommen, Kalboke? Enough! Hier! Danke schön! Danke schön! Vielleicht habe ich dich falsch, Arthur. Vielleicht kannst du gewinnen, als ob wir kämpfen. Oder vielleicht bist du glücklich. Wir werden sehen, wie wir glücklich sind. Genau. Okay? Better rauskommen hier. Sprechen, glaube ich. Das war easy. Okay. 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 One of the two. Okay. What the fuck haben wir denn iş? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, geh doch auf die andere Seite, drüber ein Viech. Meine Güte, Pferde sind ja solche Dreckspussis, Alter. Ja, geh doch auf die Seite, drüber ein Viech. Hey, you're okay, girl. There's a 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 girl. Can you ever rob the bank? Of course I have. And what about that one up near Canada with you and Bill a couple of years ago? It was the lookout. And not a very good one if I remember right. Do you believe this, Charles? I'm staying out of it. Try not to get us trapped in a burning barn this time, uncle. And you try not to kill half the town over some imaginary gold. Oh, haha, he has a point there. Hold it! Probably best we approach the bank from the back. Don't need nobody recognizing us. I agree. It's this way. Let's cut through here. Son of a bitch! Oh, come on. Oh, come on. Hello. Am helligsten Tag. Und besser wäre es doch gewesen nachts, oder nicht? Ah, sehr gut. Wir warten. Sehr gut. It's time. Let's go. All right. Wake up, beautiful. What, already? Yes, come on. All right. Let's see what's going on. That boy over there, he's a guard for sure. Well, I'll go deal with him. Silently, please. Of course. Oops. Oops. All clear. Good work, Arthur. Follow me. Grab that spool, Arthur. Let's pull that wire to about 30 feet away. Sure. Thanks. This won't take long. Okay. I think we're all good. Ready when you are. Push the stick, Arthur. Let's fucking go. Let's move. Make it clear. Oh. 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 We should be able to pry them open. Let's see what we got in here. Check those other vaults. Yeah, hurry up. We ain't got a lot. Oh, baby. Da ist doch viel mehr drin, ne? Der die Bunnerei ist, aber ich hoffe, ich ist allerletzte, ne? Ja! Ja! Easy, girl. Out of the way! We need to move them! We need to move them! All right, looks like the coast is clear. Let's keep riding. Head for camp. Make sure there's no one tailing us. Hey, hold up a moment, fellas. See? Easy. Real easy. How did we do? We did okay, I think. Here, and thank you, boys. That was fun. Now don't forget to give the camp a chair, uncle. See if I would. As if. Now, split up both of you. Let's get moving. Das war spaßig. Schließe die Mission innerhalb von 5 Minuten und 45 Sekunden ab. Alles klar. So ein Kack. Hey, hey, who's that? It's me. Good job. Get back. So, da würde ich sagen, auf zu Sadie, was wir ja eigentlich ursprünglich machen wollten. So, da würde ich sagen, Leute. Ja. Und jetzt, du und Dutch haben eine große Gesellschaft, die Lord above. Ja, scheint so. Ich denke, meine Zeit in Polite Gesellschaft sind vorbei. Na ja, ich habe nur Bill Williamson in einer Party in der Sandinysi-Mayer. Wenn er das kann, jemanden kann. Du hast einen Eliten? Ja, ich denke so. Du kennst das so, Arthur Morgan. Komm schon, wir brauchen zu sprechen. Frau Adelaide, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? Mein Gott, ein paar mehr wie sie, wir können über die ganze Welt übernehmen. Ja, ein paar mehr wie sie, da würde ich nicht mehr von einem Weltkrieg sein. Ja, vielleicht. Jetzt, die Fahrrad-Busstation. Ich ging da hin, ich sah sie. Ich denke, wir können ihn. Ich denke, wir können ihn. Ich habe noch nie in der Stadt geholfen. Ich habe noch nie in der Stadt geholfen. Ja, du kannst ihn mit mir. Du kannst mit mir fahren. Immer. Ist es nur du und ich? Nein. Wir brauchen noch einen, ich denke. Ich sage Lenny. Nicht Micah. Ich denke, wenn du ein Massaker oder ein Payday hast. Ich wünschte, dass ich etwas tun kann, um die zwei von dir besser zu machen. Das ist einfach. Wir machen sie. Sehr lustig. Ach du Scheiße. Diese Missgeburten Kieran, Alter. Oh mein Gott, Jack ist da unten. Diese Wichser. Mein Gott. Nropus rein! Ben��ucker. Sei Cuz in da? Dieser Wichser ist down, brutale. Das wird in da. Dankanze ignorant. Changer auslawsantischen Augen. Dort, bleibamps. Geh, pass aus. Junge und oft. Beide ich das nicht. Oh, oh, oh! Alter, wie viele sind das? Geht die Tür ab! Geht die Tür ab! Gut! Jetzt alle, ich habe das, die Tür ab! Schnell, Sie nehmen die Tür ab! Charles, nehmen die Tür ab! Arthur, nehmen die Tür ab! Geht! Der Tür ab! Ich habe die Tür ab! Ich habe die Tür ab! Was alle an die Tür ab? Ich habe die Tür ab! Hey! Was alle an die Tür ab? Ich weiß nicht! Ich habe die Tür ab! Sadie! Ich habe die Tür ab! Ich habe die Tür ab! Ich habe die Tür ab! Wer ist diese Frau hier? Das ist immer die Tür ab! Das ist für Frauen! Das ist Admin! Sadie? Ich mache die Tür ab! Ich mache die Tür ab! Ich mache das! 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 Es ist in der Stelle! Mrs. Andrew? Oh, no, they don't! Oh, they're not! I can see the eyes! Ah, they're the black sword! Over there! Dinger, so come with the boat come, die! Sadie! You're gonna work! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! They need us in the house, Morgan! Ah! Ah! Girls, come on! Ah! I said you got me! Ah! Ah! What's going on here? Ah! 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 Don't you dare? Ah! 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 Ich habe den Ort geöffnet. Herr Pearson, Frau Grimshaw! Sie hat es bereits geholfen. Komm schon, jetzt! Arbeit! Colm O'Driscoll. Dieser Mann kann wirklich hate. So kann ich, Arthur. So kann ich. Wir müssen gehen. Away von hier. So? Wir sollten versuchen, einen anderen Camp zu suchen. Du bist nicht großartig, Arthur. Du bist nicht sehen, unsere Probleme und unsere Möglichkeiten. Ich bin nicht sicher, dass ich dich verstehe. Du wirst, Junge. Du wirst. Du wirst. Ich bin neben der Stadion Stadion. Wir haben Arbeit. Wir wollen? Ja. Tegel. Ich bin mit ihm. Er hat mir geholfen, und ich konnte nicht seine schützen. Frau Adler kämpft mehr als einer von uns. Sie ist mit einer Kraft zu verletzten, die ich nicht verstehe. Das ist was Liebe hat mit ihr gemacht, ich denke. Ah, er schieße die Atruskles im Boot, bevor sie hier raussteigen. Schießen wir es nur mit Handfeuerwaffen ab. Das Beste ist eigentlich wirklich, dass wir uns von hier verpissen. Es ist Sean tot, Kieran ist tot, dieser Meg ist tot, die Jenny ist tot, oder wie sie hieß. Wir haben schon sehr viele Leute verloren. Dieser Davey, oder wie er hieß. Also langsam läuft das hier ganz schön aus dem Ruder. Ziemlich über. Und vor allem, wo ist es bei diesem Angriff? Ja, warte mal, Maika war ja da, ne? Der war hier. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Also wir halten fest mit meinen weiteren Verloren. Und Sadie Adler ist ein fucking badass. Sehr egal wie sie diese drei Leute da gefickt hat, Alter. Mit dem Messer. Holy shit. Jetzt sterben hier langsam die Leute weg. Also hier brauchen wir noch Biber, wie gesagt, und hier ein Wappi-Tier. Was sagt die Zeit? Wir haben noch Zeit. Vielen Dank, Mr. Pearson. Hm, was machen wir? Mission würde ich jetzt nicht mehr machen, aber... Aber... Das große Aber. Eigentlich wollte ich ja auch zu den Olden gehen. Das ging ja dann auch nicht mehr, weil ja dann diese Strafkolonne dann auch war. Hier oben haben wir immer noch den Albert Mason, den wir machen müssen. Also Wappi-Tier kriegen wir auf jeden Fall hier oben. Könnten nochmal nach Ovanila gehen und gucken, ob wir einen Biber kriegen. Biber am besten, Wappi-Tier wäre perfekt. Dann könnten wir den Albert Mason eventuell machen, aber das würde ich, glaube ich, in der Folge sowieso nicht mehr schaffen. Und hier haben wir ein Kopfgeld. So, so viel zu erledigen. Okay, girl. Wir haben jetzt mal ein dickeres Outfit angezogen. Dann gehen wir mal doch hoch nach Ovanila. Machen wir erst mal das. Gehen wir als erstes nach Valentine, dann können wir den Serienmörder, glaube ich, jetzt dann auffassen. Dann holen wir uns einen Schatz, wo ich gerade noch weiß. Dann geht's halt da in die Richtung. Wir haben mehr als genug zu tun. Spiel ist echt groß. Das ist geil. Aberllora. Spannende! So. So. Amen. So, da sind wir also wieder in Willentine. Was haben wir hier? Oh nein, das sind die Brüder, die sich strissen. Ich glaube, dass ich das Milksoph da sehe, aber es geht nicht. Kannst du mir helfen? Vielleicht. See, sogar er ist zu hören, dass du nonsensierst, du nachdenkommst. Ich entschuldige, Herr. Für das Schmerz. Warum kommen wir hier zurück, zu etwas mehr conducive, zu displayen von utter gallanty, und deep-seated inadequacy? Well, was habt ihr in mind? Schreie eine Brüder auf meine Hände. Wie William Tell. Das ist schrecklich. Sehr schrecklich. Der Mann ist ein Moron. Schreie eine von mir aus mir. Ich bin der brave. Ich bin nicht schrecklich. Ich bin gut, aber... Ich werde gar nicht flinch. Ich will nicht schmerzen. Ich will nicht schmerzen, Mann. Ich kann nicht verlieren. Entweder werde ich meine Masculinität oder sterbe und werde ich seine Hände verletzen. Komm, Herr, bitte. Okay, dann. Listen. Juste sicher, dass alle wissen, dass du mich gefragt hast. Natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich. Ihr seht doch schrecklich. Okay. Du hast es. Das war lustig. Was war? Ich fühle mich nicht mehr zu tun. Natürlich, du. Wir alle wissen, dass du gar nicht so schrecklich bist. Ein weiterer Rund, kleinerer Brüder, Herr. Bitte. Was? Ich weiß nicht. Bitte. Dieser Schreie ist unbezüglich. Er braucht sich. Ich mache mein Bestes. Als lange sie verletzen, dass ich das unterdressen werde. Oh, die Leute sind so schrecklich. Ready? In... Yes! Jetzt bin ich auf einer Seite. Ich auch. Du fangst, Herr. Und diese Zeit, du zerstörst den Geist. Er hat sich komplett aus der Wälde aus der Wälde. Ellen! Ich schreie dich, Blackheart! Herr, schreie die Wälde! Ready? Du bist unterdresset. Schreie mich, Herr. Meine Bälle... Excellent! Jetzt mach das während ich schreie. Mach das während ich schreie. Mach das während ich schreie. Mach ich mich! Mach es! Ich mach ihn. Für alle Menschen. Ich denke, ich und die Frau haben genug. Ich schreie dich nicht, Herr. Dieser Mann würde ich auch gehen, wenn ich konnte. Hier, für deine Fähigkeiten und Talente. Hm, danke. Jetzt, Bruder, ich gehe zu Helen nach Hause. Du folgst uns. Sie hat eine älterliche Änte. Und ich schaue, die Seite von dir könnte sie endlich ausführen. Helen, ist das Kreep, der dich beschäftigt? Du zwei, komm mal. Oh nein, es sind zwei. Es ist mir und der Lizardmann. Bitte, mein Angel, nicht aggregiert uns beide zusammen. Du Scheiße. Das wird noch viel schlimmer mit den Zweien. Die werden wir auch wieder treffen. Mit ihrem Wettbewerb-Scheiße. Das muss ich mir mal überlegen. Sehr gut. Ach, schau mal, das Haus ist fertig. Sie haben es ja nicht hinbekommen. Well, hey there. What do you think? Turned out pretty nice, didn't it? Time for me to move on, though. Just sold it to a farmer moving up here from the south. Good for you. So, can I have my money now? Of course. Not a problem. Sehr gut. Ein Mann, ein Wort. You stay out of trouble now. Heh, with my luck, we'll see. Ja. There we go. There we go. Ja, Serienwörter. Definitiv. Brief von Mutter an Edmund. Mein lieber Edmund, was in letzter Zeit wo sind dich gefahren? Unsere gemeinsamen Abendessen, die mir früher so viel Freude bereitet haben, sind inzwischen eine schwere Belastung. Du bist entweder müde, abgelenkt, fieberhaft oder aufgeregt und manchmal alles zugleich. Es war ein Fehler von dir, jemals zu Hause auszuziehen. Auch wenn ich deine Entscheidung gut halse, nicht zu heiraten und stattdessen mehr Zeit mit mir zu verbringen, hatte ich mir doch nicht diese Art von Gesellschaft vorgestellt. Vielleicht brauchst du doch eher eine Frau. Dein freundlicher Nachbar hat mich über dein ständiges, nächtliches Kommen und Gehen informiert. Bedeutet das vielleicht, dass es da eine enge Freundschaft gibt, von der deine Mutter nichts weiß? Ich hoffe, dein Geschmack bei deinem Umgang hat sich in den letzten Jahren verbessert, aber ich werde mir keine vorschnellen Urteile bilden. Ich wünsche mir nur bald eine Erklärung für all das, deine dich liebende und besorgte Mutter. PS, ich hoffe, du isst und schläfst genug und nimmst das lauter nun, das Dr. Fingles dir gegeben hat. Es sollte deine Nerven ein wenig beruhigen. Ach du Scheiße. Brief an den Herausgeber. Sehr geehrter Herr Herausgeber, ich muss Ihnen mitteilen, wie alarmiert ich darüber bin, wie wenig Ihr Lesen des Magazins über die jüngsten Morde in der Region berichtet. Der Urheber dieser Verbrechen ist eindeutig ein äußerst gerissener Mann von großer Intelligenz und Kraft. Er stellt eine nicht zu ignorierende Gefahr dar, nicht nur für all die Leser ihrer Publikation, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach auch für deren Autoren selbst. Ich schlage vor, sie beginnen ihn und seine Kreationen mit der Ehrfurcht zu behandeln, die angemessen wäre. Gott helfe uns allen, mit freundlichen Grüßen ein besorgter Bürger. What the fuck? Ich sehe nichts. Ach du Scheiße. Wow. Have you come for me? Or was this all nasty surprise? Or maybe it's both. Maybe it is a nasty surprise, even though you knew I was going to be here. Which is it? You should think about that. Save yourself thinking about what's about to happen. Now. I'm not going to lie. It's not going to be nice and fun. I mean, it'll be fun for me, but it won't be nice for you. Wah. Wichser. Alter, ist das abartig. Gibt es jetzt hier noch irgendwas zum... Alter, der hat sogar Fotografien hier gemacht. Alter, was ist denn das hier? Ja. 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 Das war ein bisschen komisch. Was ist denn kranker Wichser? Aber wir haben den Serienmörder. Digga, wenn wir den Kopf einfach gegen seinen Kopf geworfen haben. Ja. 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 Achso, ja, ich muss ja den Typ mitnehmen. Ja, moin. Los. Ich lass ihn doch mal auf dem Kerl oben. Der hat doch gar nichts mehr gesagt, ne? Der hat doch gar nichts mehr gesagt. A lot of folk disappeared over the past few years. This sick son of a bitch, well, he ain't running ahead. That's so. Head over to the cellar of that broke down shack on the road to the falls. See for yourself. Okay, come on, Eve. My name is Edmund. Edmund Lowry Jr. Do you remember that, my friend? I'm sure I shall. Oh, you are a frightening fella. Oh, I'll behave, sir. I'll behave as expected. Well, you better. I'll get you a lawyer. Don't you worry about that. You get in that cell, calm as you be. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. What? Touched. Hey, what a monster. Well, like I said, have someone head up to his cabin. I think he killed quite a few. Oh, there's a lot of sick bastards out there. But here. Here. Here's some money for your trouble. Oh, puta. What the fuck? Digga, was eine kranke Missgeburt. Wobei, Scheiß drauf, jetzt kann man Strawberry auch noch machen. Digga. Wahnsinn. Ist da schon wieder eine fremde Person? Ich glaube es ja nicht. Wer ist denn da jetzt schon wieder? Im Salon. Nein, das ist draußen, der Große. Ach, schon wieder die zwei. Du kannst nicht punch, mein Lieber. Es ist wirklich schrecklich. Oh mein, unser Freund. Hallo. Oh mein. Ja. Du mir und die Frau ein favor, hier, würde ich? Und thrash diesen impodent wretch. Thrash? No man alive kann thrash mich. Was war dein Name, Herr? Arthur. Arthur könnte. Easily. Du, vielleicht. Aber nicht ich. Ich weiß. Wir beide. Wie stark wie Sie können. Du verbringst ihn, und ich werde. Was ist denn nur los mit euch? Wir beide sind schon so ein bisschen krank, oder? Oh. Hey, hey. Hit me again. Right here. Oh. Weren't you taught never to hit girls? Punch a man for once. Give me your worst. Here I stand. I think he's done for. Barely even felt it. There was only one thing for it then. Hit me and a man in a hole. What the hell is that? Don't worry, Herr. Mine made a steal. Ah. 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 They've come out his ears. Ah. 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 My turn. Go. Go. Oh. 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 I think so. Oh, I slipped and I hope you killed the leprechaun. And he's still alive. Shoot him, please. One of you. There, there. Up you get. We need to get some steak on those wounds. Madam, gentlemen, good luck to you. Was zur Hölle ist mit denen los? What have you ever gotten your heads? Let's get into your room. This way. I'm fine. Hello. Really? It's that wretch who needs the rest. I've never been better. Truly, I could ride to a strawberry in the world. This is the state I'm in. Both of you are going to bed. And that's the end of it. Oh, wait. It's all. Oh, girl. Oh, girl. Oh, girl. Ja, da geht's. So, wir machen dann hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dorthin, haut rein. Euer Wildgamer YouTube. Ciao.